Wenn du auf der Suche nach einem Freund fürs Leben bist, dann solltest du dir Sammy genauer anschauen. Dieser vierjährige Wallach ist der Inbegriff von Ausgeglichenheit. Sammy bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Er ist absolut zuverlässig und brav in allen Lebenslagen. Körperlich steht der Palomino sicherlich noch im Wachstum, aber sein Interieur ist schon jetzt erwachsen. Neben seiner sehr guten, umfassenden reiterlichen Grundausbildung ist er übrigens auch schon zweispännig gefahren worden. Egal ob beim Reiten auf dem Außenplatz, bei schönen Ausritten oder Dressurlektionen in der Reithalle, Sammy macht wirklich alles mit und strahlt dabei Ruhe und Zufriedenheit aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017